So, komm Leute, davon machen wir es. Oh, das ist voll kalt. Oh, das ist richtig kalt. Okay, komm, davon machen wir jetzt auch noch ein Snap History. Da oben sehe ich sogar noch ein bisschen die Sonne. Oh, das ist voll kalt. Oh, Leute, es ist so am Regnen. Es ist so heftig am Regnen, das ist krass. Ich glaube, hier regnet es auch jetzt gleich ein bisschen rein, aber guckt euch das mal an. Oh, vor allem, wie es das anhört. Ist das krass. Leute, ich muss einen Regentanz machen. Eigentlich muss ich jetzt wirklich einen Regentanz machen. So, Leute, ohne Scheiß. Ich mache jetzt einen Regentanz. Es ist so geil am Schütten. Das ist voll cool. Das ist richtig schön. Oh, vor allem, wie laut das ist. Alter. Boah, ich habe halt Glück, mein Handy ist zum Glück wasserfest. Leute, das war voll Spaß. Das ist voll cool. Es ist so am Regnen. Boah, das ist aber auch eiskalt irgendwie. Boah, jetzt ist aber echt kalt. Scheiße. Oh, vor allem sind jetzt meine Dreads nass. Scheiße. Ich vollidiot. Das sind ja auch meine Dreads nass. Ey, die sind echt komplett nass. Voll durchnässt. Aber es hört auch nicht auf. Guckt ihr, ey, was ist das? Ey, das ist voll schön. Ich hatte das vor lange nicht mehr so einen schönen Regen. Oh, the wind in my head, it sings my song, it sings my song, it sings my song, to be a wonderer and to come. Oh, the wind in my head, it sings my song, it sings my song, to be a wonderer, to be a wonderer. Why do you do that? Was? Warum do you do that in the morning? Weil ich... So, warte. Das ist... Dieses Kind will einfach dieses Teil aufpumpen. Für gar nichts. Ha, guck mal, was ich schon geschafft habe. Für einfach gar nichts. Vor allem... Wie machen das denn? Vor allem ist die Pumpe kaputt. Die Pumpe ist kaputt und deswegen will sie das so mit dem Mund aufpusten. Guckt euch übrigens mal... Warte, guckt euch mal das T-Shirt an. Oh, yes. Guck mal, meins. Ich habe das gleiche. Also ich habe es auch... Warte. So, da. Wir haben beide das gleiche an. Ich fahre auf meinem Delphine-Reifen. Das Zimmer hier ist voll die Abstellkamera geworden. Das Zimmer ist eine reine Abstellkamera geworden. Aber... Mir Sina will... Vielleicht kriegt Sina das Zimmer. Oder mein Vater wird hier sein Büro reinsetzen. Eins von beiden. Nein, eins will er nicht. Du willst das nur nicht. Ja. Mein Delphine. Genau, reite mal in ein Zimmer. Mach das mal. Hast du ein Seepferdchen? Nein. Weil eigentlich gehörte dieses Zimmer ja meinem Bruder, aber der wohnte ja nicht mehr. Dieses Kind ist durch. Vor allem ich bin gerade erst aufgestanden. Es ist noch viel zu früh zum Vloggen, aber es ist egal. Es interessiert hier keinen. Das wird mir hier zu krank. Das wird mir hier zu krank. Morgen, ich habe Kakao. Hör mal, reite du mal über den Horizont. Was ist noch falsch bei meiner Familie? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das hat ein winziges Klamm. Was hast du? Trag mich davon. Los. Ein winziges Kamel. Ein Gehaum. Alles. Das wird jetzt eine. Die geht nicht mehr. Warte. Krass, die geht noch. Das ist jetzt eine Baustelle. Baustelle? Ja, das ist ja. Bei dir. Das ist die Notauflärme. Die ist bescheuert. Die hat einen Delfin aufgeblasen. Warum? Ich habe nur elektrische Pumpe. Warum leist du hier meinen Mund auf? Achtest du mich jetzt? Ich reite auf einem Delfin. Der sieht echt unglücklich aus. Ich glaube, der mag dich nicht. Ich wollte mir mal ein paar Kirschen grabben. Sina? Ja? Willst du Kirschen haben? Ja. Ja? Ja? Okay, ich versuche mal ein paar hier runter zu holen. Boah, die sehen aber lecker aus. Guck mal hier. Ach. Oh, die sind voll lecker. Mann, das ist so lecker. Oh, das sind einfach so, die sind nämlich so frisch. Das ist einfach mega lecker. Das kann man gar nicht vergleichen mit, wenn man die im Laden irgendwo holt oder so. Das ist eine LED-Lampe sozusagen. Die kann man auf den Balkon stellen. Und dann habe ich hier auch noch was für meinen Balkon. Ey, das ist voll cool. Das ist voll geil. Muss ich sofort auf meinen Balkon tun? Vor allem, das sieht zu schlimm aus. Mein Balkon sieht zu schlimm aus. Boah, das Teil ist voll cool. Guck mal, das ist für meinen Tisch. Hier, das ist für meinen Tisch. Aber ich sollte den vielleicht erst mal sauber machen. Hey, die steht ja hier auch noch. Wer? Meine Laterne. Das wusste ich gar nicht. So viel nichts zu gericht. Oh, weil ich habe meine Laterne vergessen. Ich werde da rüber. Ich werde das rüber. Au. Das sind die Fettidioten. Ich bin Erdbein wachsen gar nicht. Erdbein liebungen. Den Tod? Ich bin nicht, dass sie noch leben. Wie oft denn noch? Wie oft denn noch? Ich bin nicht, dass sie mit derichtealu tutto brauchen. Die Fettidioten. Ich habe die Fettidioten. Ich bin aufuals marksen. Vielen Dank.